Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zu Redguard. Ja, wir sind jetzt hier von Gastas Hütte, aber ich weiß jetzt nicht wie wir da reinkommen. Und, naja, hier steht halt nur, dass ein Gaster hier eine Barriere oder sowas in der Richtung hat. Aber Coyle sagt, dass die Mutter der Poepa Soutran could easily guide her son Hadesoul passen in Gastas Solzner, except that Hades was born under the sign of the Serpent. The other twelve constellations follow the circles of heaven, but neither Coyle nor his mother know how to predict the Serpent's path. The only way to guide Hadesoul through the Solzner is to place the star stones at the position of the Serpent head and tail. Also müssen wir doch nicht hier bei einer Gastas sein. Irgendwas mit Sternen glaube ich, habe ich jetzt verstanden. Kann das sein? Zum Zombie will ich lieber nicht. Gehen wir mal vielleicht da hin. So. Dann gehen wir vielleicht noch einmal zurück. Müssen wir vielleicht später hier in Viacom. Das einzige, was mir jetzt einfällt, was mit Sternen zu tun hat, wäre hier das Observatorium. Aber müssen wir da jetzt hin? Bei ... äh ... wie hieß er nochmal? Bei ... äh ... äh ... wie hieß er jetzt nochmal? Aqui? Es, es ... First mal ... äh ... Äh ... äh ... Äh ... Es ... Es ... Esra Mor oder so? Irgendwie, keine Ahnung. Ich vergesse den Namen. Biss ich mir vielleicht zu dem? Und da irgendwas machen? Ich weiß es nicht ... jetzt sind wir halt bei einem gaster hier und wenn aber nicht zu ihm direkt hin daher würde ich jetzt einmal vielleicht da hinten auch noch mal ausprobieren geld verdienen wir hier so oder so eigentlich genug die hauptsächlich aus hierfür das jetzt oder wo war das jetzt alter darf schon direkt bei mir ist jetzt einer an gold kommen wir genug ran da ist auch keiner kostet ja eh hirn glaube ich nur einen gold war das oder so fahren wir einmal wieder zurück und wir suchen dann eben hier oder wie jetzt hieß es tut mir leid dass ich seinen namen vergessen habe ich finde das mit dem diesem boot hier trotzdem irgendwie interessant irgendwie cool ja kommt und wieder zurück erst mal schwert und dann wieder zurück vielleicht wäre sinnvoll wenn ich jetzt erst mal hier ins safe gehen passe dann kann jederzeit passieren dass wir vielleicht doch wieder runter fallen und drauf gehen also wir kommen jetzt hier hin und nicht den ganzen weg von vorne von gastas island bis hier hin ja gehen wir mal zum observatorium ah geil das haben wir noch geschafft das haben wir überstanden aber ich bin froh dass man hier klettern kann und so so da wären wir auch wieder zurück kann es aber sein dass es einfach nur ein einzelner tag ist hier das war jetzt erstmal hell bis wir hier bei der restless league waren und dann war das also tag nachwechsel gibt es hier noch nicht und dann war das halt auf einmal abend geworden als wir da von der restless league wieder zurück kam dass cyrus das alles eigentlich im laufe eines einzelnen tages geschafft hat und dann wäre gut möglich denke ich die toten liegen hier auch überall noch rum so an dem will ich jetzt mal vorbei ohne dass er jetzt hinter mir her ist ich hoffe die lassen mich jetzt auch alle in ruhe aber das ist mir aufgefallen sobald wir bei einem gast da sind jagen die uns allesamt nicht mehr oder vielleicht auch das vielleicht irre ich mich auch doch die jagen uns noch die jagen uns noch ok lag ich total daneben aber egal wir gehen jetzt zu ezekiel gleich gleich sehen wir dann seinen richtigen namen und dann versuchen wir den mal zu merken auch hier oder so er kommt auch schon angerannt Ja, die sollen mich mal in Ruhe lassen. Die sollen mich hier alles am... Ja, labern die zu viel. Ich bin nur hier rein. Ich bin aber froh, dass ich hier nicht mit reinkomme. So, und da wären wir drin. So, da haben wir Esperen. So, Erasmu. Erasmu. So, jetzt müssen wir aber hier... ...irgendwas damit machen, glaube ich. Serpen, das heißt doch Klange, oder nicht? Also, wir zeigen, dass Schlange irgendwie müssen wir untersuchen. Was sieht denn hier nach einer Schlange aus? Das Ding kommt schon. So, das Ding ist da. Dann gehen wir jetzt auch noch einmal nach oben. Kommt das Ding jetzt runter? Ja, das Ding ist auf dem Weg. Das Ding ist da, das Ding ist auf dem Weg nach unten aufmassen. Ja, wir wollen es nochmal so. Warte mal. Geh wir nochmal runter. Ich hab da jetzt glücklich was vergessen anzusehen. Was für ein Logo ist denn das da auf dem Boden? Sieht aus wie so ein verkrüppeltes L. Dann gucken wir mal die Nierkümel nochmal runter. Und so. Müssen wir da noch was ändern? Nicht so weit. Müssen wir hier oben noch was ändern. Von dem Ding. Genau, das ist jetzt ein spiegelverkehrtes L. Ne, das ist glaube ich nicht. Das ist auch nicht. Hat er nur drei? Das hier war klein nicht. So, und nochmal zurück nach unten. Mit daten Spaß. Hoffen wir mal, dass die Theorie von mir jetzt vielleicht funktioniert. Was vielleicht hier mit zu tun hat. Und dann können wir zu einem Gaster. Was vielleicht schon kalt? Was? 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 So. Und. Nichts unterfallen. Muss ich vielleicht einmal mit Erasmus quatschen? Nachfragen hier. Vielleicht weiß er, welche davon die Servant ist. Mit sich weiß er das. Die Treppe wird gerade schneller als ich. Erasmus, warte mal. Oh, die Visitor-Support? Oh! Hallo wieder, Erasmus. Mein Herod! Äh... Observatory? From... What is this place? What? Why is scared me now? He's so ancient, Twerp of the Observatory. Like my lad. What? Rickon ordered me to fix it, but the dogs keep me flat. Away! Äh, okay, der kann mir da nicht helfen. So, hier wird dann die Frage, was davon ist jetzt... Das Ding ist weg. Ich habe keine Ahnung, was davon jetzt hier... Lange sein soll. Achso, das Ding ist oben gerade. Das sind Skarabiosen. Ich glaube, die wichtigen sind gleich die in Gelb. Kann das sein? Das sieht eher nach so einem Turm aus. Ne, ich meine, die in Lausen vielleicht, die wichtigen. Hm. Das sieht aber nicht mehr so eine Schlange aus. Ich würde mal aber trotzdem vielleicht die alle mal ausprobieren. So, der kommt jetzt runter. Okay, das Zeichen ist oben aber das Richtige. Okay, da weiß ich. So. Trinkt mir das was? Können wir jetzt auch wieder runter? Ohne Schaden zu nehmen? Okay, wir nehmen Schaden. Gucken wir jetzt den hier einmal an. Der kommt jetzt runter. Müssen wir jetzt einmal nochmal nach oben, damit wir da was ändern. So. Wo bleibt die Treppe? So, wo bleibt die Treppe? Da kommt sie schon. also seins cool ist auf jeden fall cool muss ich ehrlich sagen dann müssen wir jetzt da hinten noch mal was ändern ok müssen wir einmal auf das L ändern so jetzt habe ich nicht gesehen was da ist ah ist das richtige und wieder runter so hier ist die Treffe ja komm wenn ich seen unter selbst Und hoch. Nichts runterfallen, nichts runter, kein Cyrus. Gucken wir jetzt noch mal. Gucken wir uns den letzten auch noch mal an. Warte mal, das ist da unten irgendwo. Genau, das ist jetzt das Spiegelverkehrte. Drehen wir noch einmal. Genau, da haben wir das. Gehen noch einmal runter. Da haben wir die Treppe, beziehungsweise die muss ich... Nein, die ist schon oben. Okay, perfekt. Okay, so geht auf. Muss ich nichts machen. Nein, hallo? Hör auf! So, dann haben wir hier noch einen. Das Ding hat sogar angefangen zu leuchten. Ich raffe gerade gar nichts. Bringt's mir aber... Oh nein! Oh nee, und jetzt sind wir auch noch hier wieder. Hätte ich vielleicht speichern sollen? Hätte ich vielleicht speichern sollen. Ja, super. Der ganze Weg umsonst? Obwohl, bisher hat es uns noch nichts gebracht. Im Aussehen. Okay, aber wer hätte jetzt gedacht, dass ich da jetzt bei Erasmu draufgehe. Und so. So, dann machen wir jetzt gleich hier ins Safeway. Die Wahrscheinlichkeit ist so, dass wir wieder wegen Dummheit draufgehen. So. Genau, hier einmal speichern. Und dann mache ich jetzt ein kleines Poisschen, weil ich werde jetzt gerade abwärts. Dann, bis gleich. So, da bin ich auch wieder. Ja, aber... Ich bin mir jetzt nicht sicher, was ich da machen soll. Vielleicht gehen wir nochmal zu Saban. Und Coil. Und gucken uns da das nochmal an. Quatschen nochmal mit denen. Vielleicht wissen die irgendwie noch ein bisschen mehr. Okay, Saban redet ja nicht mit uns. Aber irgendwie muss es doch hier weitergehen. Irgendwie müssen wir doch... Ach, hier sind sie. Ich verstehe ja nicht, was sie sonst machen soll. Oh! Pick up Rock. Cyrus, are you sure you know what you're doing? Hmm, I'm not really sure. Please, Cyrus. If she stops with the stones placed incorrectly, Hale's soul will be taken by the Necromancer's snare. You're right. I'm better leave these alone. Okay. Irgendwas ist gerade mit dem Ton irgendwie nicht in Ordnung, sage ich jetzt mal so. Kann ich mal den reiben? Ich hoffe das ist jetzt nicht so kaputt auch von der Aufnahme. Bei mir ist auch jedenfalls der Ton gerade sehr, hört sich sehr, sehr kaputt an. Aber egal, das war auch so ein Sternkreis, also das hat etwas mit dem Observatorium zu tun. Ist jetzt nur die Frage, was müssen wir genau dann machen im Observatorium? Gehen wir nochmal dahin zu Erasmus. Also ganz klar glaube ich mit dem zu tun, eher mit Erasmus und mit dem Observatorium. Ja und wir haben wieder Freunde hinter uns her. So, ein bisschen springen. Macht auch Spaß. Ich würde gerne lieber so wie in Gothic jetzt noch klingen, so diese Rollen machen. Dann feiere ich irgendwie ein bisschen mehr. So, da wären wir auch schon gleich. Boah, ich glaube aber, wenn wir gleich bei Erasmus erstmal drinnen sind. Mache ich erstmal ein Save Game, beendet das Spiel und dann starte ich nochmal neu. Okay. Weil das mit dem Ton gerade mir irgendwie gar nicht gefällt. Die Audio, das gefällt mir gerade echt nicht. Ich hoffe es ist in der Aufnahme für euch nicht so, naja, klingt nicht so beschädigend wie für mich jetzt gerade. Kann auch sein, dass vielleicht einfach nur ein Kopfhörer von mir liegt. Das weiß ich nicht. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer MaxDeus und ciao! Mmm-me, jetzt auf dich. Martin Helfer, البche, bing, hatte ich mich auf dich. Untertitelung des ZDF, 2020